In meinem heutigen Beitrag geht es um die Nieren, die Wurzel der Lebenskraft. Sie werden in der chinesischen Medizin auch Minister der Macht genannt. Ja, und das sind sie auch, denn nirgendwo sonst können wir besser erkennen, wie wichtig es ist, dass Yin und Yang im Ausgleich sind und sich gewinnbringend miteinander vereinbaren. Sie wissen schon, die weibliche und die männliche Energie und eine Nierenschwäche, da merken wir ganz deutlich, da gibt es einen Yin-Mangel oder einen Yang-Mangel und da wollen wir heute genauer hinschauen auf die Symptome und was können wir tun, um das wieder in den Ausgleich zu bekommen und vor allem auch, was hat das mit unserer Emotion Angst zu tun und naja, was können wir dagegen tun. Wenn Sie das spannend finden, dann bleiben Sie jetzt unbedingt dabei und wenn Sie insgesamt solche Themen interessant finden rund um Psychosomatik, um Yin und Yang und metamedizinische Themen, dann abonnieren Sie auch gerne diesen Channel. Hallo und herzlich willkommen hier bei SelfmadeDoc. Mein Name ist Carmen Maria Poller, ich bin Coach und Buchautorin und frei nach dem Motto Selbstbewusst gleich Kerngesund begleite ich Menschen dabei, ein bewusstes Leben zu führen und vor allem die richtigen Entscheidungen zu treffen für das eigene Wohlbefinden. Ja, die Nieren. Direkt zu Anfang, ich werde mich ein bisschen auf das Face Reading, also Gesichtsanalyse, Gesichtsdiagnostik beziehen. Ich habe bei der weltweit führenden Expertin Lilian Pearl Bridges gelernt und Sie finden Ihr Buch auch unten in der Infobox. Ich halte es jetzt aber auch mal in die Kamera, ich habe es jetzt nur in dieser englischen Ausfertigung hier und so sieht das aus und das ist sehr schön bebildert und ich möchte direkt einmal zwei Fotos, das ließe ich jetzt bei mir nicht so gut aufmalen, also zumindest nicht das zweite Bild und jetzt mal das erste Bild, das halte ich jetzt auch noch mal hier in die Kamera, da sehen wir unterhalb des Auges so Knitterfältchen, das ist das eine, was ich Ihnen gerne zeigen möchte, was auch mit einem Mangel zu tun hat, mit einem Ki-Mangel, einem Yin-Mangel und dann habe ich noch ein anderes Foto, auch ganz typisch, weil Nierenproblematiken, lassen Sie sich nun mal an den Augen ablesen und jetzt schauen Sie sich dieses Foto an und da sehen wir hier, also ein Ödem, Schwellungen auf den Augenlidern, unter den Augenlidern, so ein bisschen weißlich oder hellrosa teilweise und das sind zum Beispiel Zeichen, das ist jetzt auch ein Zeichen für eine Stagnation oder auch ein Zeichen, dass womöglich ein anderer Mangel, ein Yang-Mangel da ist und da genauer hinzuschauen, das ist ganz, ganz wichtig dabei. Das heißt, Sie können erste Symptome bei sich selbst erkennen. Grundsätzlich lassen sich Nierenprobleme oder eine Nierenschwäche auch noch daran erkennen, dass es eben Ödeme gibt, nicht nur um die Augen rum, sondern auch an den Gelenken, also Wassereinlagerungen. Es kann auch zu Juckreiz am Körper kommen, Müdigkeit ist ein Symptom und das sind so Dinge, wo man dann mal genauer hinschauen und hinhören darf. Ja, die Nieren sind dem Element Wasser zugeordnet und sie sind insgesamt im Organkreislauf auch noch anderen Organen zugeordnet, wie zum Beispiel dem Gehirn, dem Rückenmark, den Ohren, den Geschlechtsorganen zum Teil und natürlich hängt die Niere auch ganz, ganz eng mit der Blase zusammen. Die Niere ist ja ein Filterorgan, die Blase ist so ein Ausscheidungsorgan und da geht es natürlich auch ums Loslassen. Von daher ist es wichtig, dass alles miteinander im Ausgleich ist und die Wechselwirkungen auch angenehmer Natur sozusagen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass wir verschiedene Symptome haben und inwieweit können wir diese den Nieren zuordnen, dann nehme ich jetzt als erstes mal solche, so einen Säftemangel, so eine Austrocknung, das heißt also ihre Haut ist trocken oder ihre Schleimhäute sind trocken, vielleicht schlafen sie auch schlecht, vielleicht haben sie Hitzewallungen und ihnen ist insgesamt irgendwo warm. Und wenn wir mit solchen Symptomen zu tun haben, dann kann das auch auf einen Yin-Mangel, sprich Yin-Mangel weiblicher Energie hindeuten und dann ist da ein Stress, da ist womöglich alles zu aktiv, der Körper braucht mehr Ruhe, der Körper braucht die Möglichkeit, dass Wasser fließen kann, frei fließen kann, dass er nicht austrocknet. Dann haben wir vielleicht auch hier unterhalb des Augenlids immer wieder so einen eingefallenen Moment und lauter Knitterfältchen, die dann irgendwo darauf hinweisen, dass die Niere da immer wieder arbeitet und dass man im Stress womöglich ist. Die Young-Problematik, das heißt einen Young-Mangel, den würden wir hingegen dann merken, wenn wir zum Beispiel frösteln oder kalte Füße haben oder antriebslos sind. Da fehlt sozusagen irgendwo das Feuer oder die Hitze. Das bedeutet, dass das Wasser trotz allem nicht richtig in Bewegung ist, nur das trocknet dann nicht aus, das setzt sich sozusagen als Schwellung, als Ödem irgendwo fest. Sie erinnern sich an das Bild gerade, wo wir dann hier geschwollen sind und obendrauf geschwollen sind. Und das hat dann mit einem Young-Mangel zu tun oder mit einer Stagnation. Und innerhalb der chinesischen Medizin ist das zum Beispiel sehr interessant, weil die Nieren immer auch der kalten Emotionen Angst zuzuordnen sind oder auch Unsicherheit und Misstrauen. Es hat auch damit zu tun mit unseren Beziehungen beispielsweise, weil da komme ich jetzt gleich nochmal drauf, was hat das mit der Angst zu tun, was hat das mit dem Loslassen zu tun. Und wenn wir dann so eine weißliche Schwellung sehen, so ein Ödem, dann ist das so ähnlich wie im Weglaufen erstarrt, so wie wir das von einem Reh kennen, das irgendwie angestrahlt wird durch Scheinwerferlicht und dann einfach so stehen bleibt, mit weit aufgerissenen Augen stehen bleibt. Und diese Angst, diese Schockstarre, dieses Erstarren, dieses Gelähmtsein, das ist ja so, als wenn etwas einfriert. Und wenn etwas einfriert, also Niere, Element Wasser und Wasser fließt nicht, sondern friert sozusagen ein, dann können Sie sich da schon vorstellen, das ist genau nicht richtig und das ist einfach dann auch ein Zeichen, dass die Ängste zu groß sind. Und da die Niere auch dem Gehirn zugeordnet ist, kann natürlich auch dementsprechend eine Angst sich in andere Dinge steigern, in Panik, in Paranoia. Denn Niere und Angst, das steht sozusagen dafür, dass wir auch auf der anderen Seite, wenn wir einen Young-Mangel haben, ist unser Mut, Dinge zu bewegen, nach vorne zu gehen, Sachen zu entscheiden, der ist eingeschränkt. Weil wir ja eben in dieser Angst sind. Die muss uns nicht unbedingt bewusst sein. Das ist so eine innere Angst. Und das bedeutet, dass wir bei einem Young-Mangel, also wenn quasi die männliche Energie in diesem Fall zu wenig da ist, natürlich anders vorgehen, als haben wir einen Yin-Mangel. Jetzt komme ich nochmal zu dem Yin-Mangel zurück. Und bei dem Yin-Mangel, ich sagte es bereits schon, Hitzewallung, Austrocknung und diese Geschichten, da ist es natürlich auch wichtig, dass wir etwas Kühlendes bekommen. Ja, und etwas Kühlendes ist in diesem Fall natürlich, dass wir runterkühlen. Also in unseren Emotionen womöglich auch runterkühlen. Das bedeutet, dass wir von der Feuerenergie etwas lassen. Und das können wir am besten, indem wir uns Ruhe gönnen. Also tatsächlich Ruhe. Das kann in Meditation sein, das kann dadurch sein, dass wir in die Natur gehen. Und natürlich auch durch kühlende Lebensmittel. Da schauen Sie auch nochmal gezielt nach, was Sie da zu sich nehmen können. Kühlend, wenn wir also einen Yin-Mangel haben, sind ja auch immer basische Elemente. Und da können Sie sich dementsprechend auch ernähren. Wenn wir jetzt zu dem Young-Mangel schauen, da ist es natürlich auf der anderen Seite nicht so, dass wir da jetzt ganz sauerlos legen und nicht mehr basisch bleiben. Aber, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir in der Angst sind, wenn wir in der Kälte sind, wenn wir im erfrorenen Zustand sind oder gelähmt sind, es ist ja dann verkehrt, noch zusätzlich Rohkost zu essen. Sondern da ist es natürlich auch besser, zwei warme Mahlzeiten am Tag, leichte aber warme Mahlzeiten, dass wir innerlich gewärmt sind. Denn Kälte ist in diesem Fall, also die Nieren als Element, die Nieren in der chinesischen Medizin sind auch der Jahreszeit Winter zugeordnet. Und im Winter ist es in der Regel kalt. So, wenn wir von außen Kälte haben und wir haben auch noch von innen Kälte, von innen Kälte, weil wir zum Beispiel nur Salate essen, dann haben wir von innen Kälte. Aber von innen haben wir auch Kälte, wenn wir uns überhaupt nicht mit liebevollen, vertrauensvollen Menschen umgeben. Dann haben wir auch eine innere Kälte. Dann können wir uns auch schnell erkälten. Und das sind letzten Endes diese Faktoren, die dazu beitragen, dass wir sagen, okay, da wärmen wir uns mehr. Ja, und so kann sowohl ein Yang-Mangel als auch ein Yin-Mangel auch anderen Organen noch mal zugeordnet sein. Das heißt also, bei einem Yin-Mangel beispielsweise kann auch ein Symptom sein, dass Sie Probleme mit Rückenschmerzen haben, im unteren Rückenbereich. Also nicht nur mit Schlaflosigkeit und Getriebensein und Stress und so weiter. Schalten Sie da zurück, gehen Sie in die Ruhe. Und beim Yang-Mangel kann es zum Beispiel auch sein, dass Sie mit Tinnitus zu tun haben, wo man nicht direkt drauf kommt. Aber die Ohren sind den Nieren zugeordnet. Und da ist es dann auch noch mal ganz wichtig, da auch etwas zu tun, um sozusagen den Fluss anzuregen im Körper. Das ist ein Wasserfluss, das ist ein Fluss von Flüssigkeiten, insgesamt auch vom Blutfluss, damit alles miteinander in Harmonie ist. Das heißt jetzt noch mal, auf den Punkt gebracht, zusammengefasst, schauen Sie einfach, inwieweit Symptome da sind, die auf eine Nierenschwäche hindeuten. Im Fall von Yin-Mangel, weiblicher Energie, verhalten Sie sich anders als im Fall von Yang-Mangel. Schauen Sie mal, inwieweit Sie das differenzieren können. Und was die Angst angeht, die Grundemotion, die kalte Emotion, die den Nieren zugeordnet wird, da ist es ganz wichtig, dass Sie für sich selbst mal erkennen, welche Ängste habe ich überhaupt, bevor es darum geht, die auch einzeln anzugehen, einzeln zu behandeln oder womöglich auch mit professioneller Hilfe anzugehen. Ist es eine allgemeine Angst? Habe ich Angst vor Krankheit? Habe ich Angst vor dem Tod? Habe ich Angst, davor pleite zu gehen? Wie auch immer. Das heißt also, schauen Sie sich Ihre Ängste an. Mit was für Ängsten haben Sie zu tun? Und schauen Sie vor allem auch in Ihre Beziehungen rein, weil da spielt oftmals, also da wird es uns offensichtlicher, wo eine Angst da ist. Habe ich womöglich eine Verlustangst? Oder habe ich Angst davor, allein zu sein, einsam zu sein? Habe ich Angst vor finanzieller Not? Habe ich Angst davor, überhaupt eine Entscheidung zu treffen? Weil es könnte ja die falsche Entscheidung sein. Und wenn Sie merken, dass da viele Ängste zusammenkommen, dann ist es natürlich auch wichtig, an diesen Unsicherheiten zu arbeiten und ins Selbstvertrauen zu kommen, um auch Ängste zu verlieren, dadurch wieder die Nieren zu stärken und Yin und Yang in ein gutes Gleichgewicht zu bringen. Ich hoffe, Sie hatten Freude mit diesem Beitrag. Ich freue mich natürlich, wenn Sie dabei bleiben. Ich sage bis zum nächsten Mal, bleiben Sie schön im Gleichgewicht. Ihre Carmen Maria Poller